Jupp, da sind wir wieder. Mhm. Sehr schön. Ja, wir mussten hier auf jeden Fall erstmal zurücklaufen und Bericht erstatten. Weil wir unser tolles Wuthrad-Fragment gefunden haben. Komm, folge mich. Okay. Ja, ja, tanzt erst mal voll komisch rum. Ja, haben wir's bald. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja. Oh mein Gott, übelst pathetisch hier. Was ist ein Mug? Ein Königreich für ein Wörterbuch. So, so. Oh, da bin ich jetzt wohl mit dem Club. Sehr schön. Nein, ich doch nicht. Soooord. I see you've been allowed to know some secrets before your appointed time. Oh, what? Yes, its true. Not every companion, doch. Only members of the circle all share the blood of this beast. Some take to it more than others. So-so Na, wir kriegen das schon, ja. Hast du ein Problem mit meinem Bogen, du Nutter? Alter... Naja, wie auch immer. Ich hab irgendwie die Befürchtung, dass in dieser Runde... ...in diesem Video nicht so viel passieren wird, weil ich hier die ganze Zeit labern muss. Schock! So, ähm, jetzt kann ich... Ich rede mal mit der alten hier, die ist nämlich cool. Ich habe gehört, dass du eigentlich stärker bist, als du siehst. Vielleicht können wir uns mal zusammenhauen. Ich zeige dir, was ich will. Ich zeige dir, was ich will. Oh, schön. Ganz viel Geld, und kann mir das mal Übels leisten. Da-da-da... I'm looking forward... Kriegen wir hin. I'll take the job. Be cautious. Beasts are not nearly as predictable as men. Give the thing a quick death. Ja, das ist toll. Das ist... Man kriegt nämlich von ihr immer die Aufträge. Das wollte ich doch gar nicht. Habe ich das schon aktiviert? Nee. Wie aktiviere ich denn das nochmal? Ah. Ich warte. Ja, von ihr kriegt man auf jeden Fall immer den tollen Auftrag, irgendwelche Tiere zu töten. Deswegen ist sie wohl auch die Jägerin. So, wir gehen jetzt hier raus, und dann suchen wir das Wölfchen. Ja, und ich werde es mit meinem Bogen erlegen. Mit diesem... Was auch immer das ist. Tss. Ich hab halt einfach übelst keinen Bock, so ein fettes Schwert durch die Gegend zu tragen, weil das mal einfach schwer ist. Oh. Oh. Ach so. Ach, das ist sogar hier. So, so richtig konkret in der Stadt, im Haus. Meine Güte. Ja. Hm. Muss nur einfach. Nehmen wir mit. Ist da noch irgendjemand? Hm. Klauen wir mal jetzt auch nix? Naja. Ja, okay. Das war jetzt nicht so ganz befriedigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Tadadadada. Laufen wir mal ne Runde. Ich könnte eigentlich auch mal wieder so ein bisschen leveln. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich schon soweit aufgestiegen bin. Naja. Ich mach das einfach, wenn ich es das nächste Mal konkret oben sehe. Ist ja so aufmerksam, wenn immer nett zu blinken und mir auf den Geist zu fallen. So. Need something? The wolf is dead. Good work. A simple job, but it keeps the coin rolling in. Here's your share. Okay. Okay. Still eager to please. This is good. Skior might be right about you. He has something special planned for you. Better talk to him. Hm. Okay. Okay. Achso. Da unten. Alles klar. Joa. Dann suchen wir mal Skior und gucken, was der uns zu sagen hat. Nebel, Nebel. Hallo. Direkt hinter der Tür hier haben wir diese Schockeffekte. Ist er hier drin? Ja. Ah. There you are. Yes. I have something a little different planned this time. But it's not for everyone to hear. Meet me in the Underforge tonight. We will speak more. Okay. Where is the Underforge? I forget that you never seen it. Beneath the Skyforge. Where are your land works. The door is hidden. But I will show you the way. Until next time. Sehr schön. Until next time. Geht er jetzt vor? Könnt er vielleicht ein bisschen schneller gehen, damit wir da auch noch hinkommen? Oh ja, ist mir auch egal. Ich gehe einfach vor. Ich weiß sowieso, wo das ist. Tü-tü-dü. Ich muss nur definitiv, bevor ich die Stadt verlasse, ähm, noch irgendwo mein Zeug loswerden, weil ich ja ganz viel geplündert habe das letzte Mal. Tamtam. So. 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 Hier ist auf jeden Fall diese versteckte Tür, die total unauffällig ist. Und das ist die Underforge. Wo ich jetzt scheinbar noch nicht rein kann, weil... Ah. Ja, alles klar. Das dauert mir jetzt ein bisschen zu lang. Dann warten wir mal lieber mit der Wartefunktion. Are you prepared? Natürlich. I am ready for whatever test is next. Natürlich. Ohians. Oh! Oh, oh. Ja, hübsch sie ihm. Okay. Ja, das, äh, möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Also eigentlich ist es nicht schlecht, aber... Oh, ich denke mal, ich habe jetzt einfach mal prinzipiell andere Pläne. Ja, ich stecke das ja schon weg. Da will ich gar nicht hoch. Nee, ich möchte eigentlich irgendwas Schickes, Interessantes, Cooles machen. Es ist nur leider Nacht und es laufen... Ja, genau. Es laufen Alkis hier rum, die einem wild anquatschen. Ja, keine Ahnung. Ja, laufe ich einfach mal wild durch die Gegend und mache irgendeinen Scheiß. Ich habe immer noch nicht meinen Kram verkauft. Aber das hat jetzt auch nicht oberste Priorität. So. Wir quatschen da schon wieder. Warum taucht da Text unten auf? Ich werde jetzt nämlich mal einfach den Menschen hier auf dem Wagen ansprechen. Und dann irgendwo hinfahren. Ja. Und zwar genau dorthin. Achso, ich muss ja auch noch draufklettern, ne? Nicht nur dumm gucken. Ja, alles klar. Dann fahre ich jetzt einfach mal nach Riften. Da gibt es nämlich die Diebesgilde, wie das unten rechts auch schön steht. Und ähm, der werde ich mich mal anschließen und Schabernack treiben. Aber jetzt? Hoho, Riften Stables discovered. Ich bin ja so discoveryfreudlich heute. Ja, genau. Aber bevor ich da reingehe, mache ich jetzt erstmal Pause.